Hier eine Anwendungsaufgabe zu quadratischen Funktionen. Gegeben ist die Funktionsgleichung eines Straßentunnels, dessen Querschnitt aussieht wie eine Parabel, die nach unten geöffnet ist und gefragt ist nach der Höhe und der Breite des Tunnels. Wenn in einer quadratischen Funktion nach der Höhe gefragt ist, dann will man diese quadratische Funktion meistens in der Scheitelpunktform haben. In der Scheitelpunktform kann man nämlich die Höhe einer Parabel ganz einfach ablesen und die Umwandlung der Normalform einer quadratischen Funktion, die Normalform ist also die Form, die wir hier sehen, in die Scheitelpunktform. Dazu braucht man dann die quadratische Ergänzung und wenn ihr die quadratische Ergänzung noch nicht so beherrscht oder nicht so sicher darin seid, dann könnt ihr euch dazu noch mal ein Video ansehen, wo man ausführlich auf dieses Thema eingeht oder wo ich ausführlich auf dieses Thema eingehe. Und der Link zu diesem Video ist unten in der Beschreibung dieses Videos angegeben oder ihr könnt hier oben jetzt auf diesen Hinweis hier klicken. Das führt euch dann zu diesem Video. Kommen wir jetzt zu der Lösung dieser Aufgabe. Wir haben hier also diese Gleichung für die Parabelgleichung. Um jetzt die quadratische Ergänzung hier durchführen zu können, müssen wir hier diese Zahl, die vor dem x² steht, ausklammern. Wir klammern also minus 0,4 einmal aus und dann kriegen wir folgende Gleichung. Man klammert also diese Zahl auch aus, indem man alle anderen Zahlen, die in dieser Gleichung hier auftreten, durch minus 0,4 teilt. Dadurch kriegen wir also dann die Gleichung, die in der Klammer jetzt beschrieben ist und minus 0,4 ist dann außerhalb der Klammer. Im nächsten Schritt nehmen wir das p uns vor, das in dieser Gleichung vorkommt. p ist die Zahl vor dem x. Das wird halbiert und dann nochmal quadriert und das wird dann dieser Gleichung, die in der Klammer steht, dann hinzugefügt. Wir haben also hier das p halbiert und dann quadriert. Dann kommt diese Zahl raus. Die Ergänzung, die quadratische Ergänzung, habe ich hier also in roter Schrift hinzugefügt. Und diese quadratische Ergänzung muss man einmal hier mit Plus zu dieser Gleichung hinzufügen und dann mit Minus gleichzeitig wieder abziehen, sodass es insgesamt den Wert der Gleichung nicht beeinflusst. Und jetzt können wir nämlich die ersten drei Terme dieser Gleichung, die in der Klammer steht, zusammenfassen, mithilfe einer Klammer. Und so sieht das dann jetzt aus. Wir haben jetzt also hier in der Klammer x minus 3,25 die drei Terme x² minus 6,5x und 10,5625 in dieser Klammer zusammengefasst. Wie gesagt, wenn euch das zu schnell geht, ich habe ein extra Video hier zu der quadratischen Ergänzung gemacht. Das könnt ihr euch dann da nochmal in Ruhe ansehen, um die einzelnen Schritte hier besser nachvollziehen zu können. So, nachdem wir also die ersten drei Terme hier zusammengefasst haben in die Klammer, fassen wir die letzten beiden Terme auch zusammen. Das kommt dann hier hinten dran. Das ist also eine Zusammenfassung der beiden letzten Zahlen. Und hier haben wir also auch zwei Klammern. Die äußere Klammer ist eine eckige Klammer, damit wir die äußere und die innere Klammer voneinander unterscheiden können. Die eckige Klammer sind also ganz normale Klammern. Und die wendet man an oder die bringt man an, wenn man zwei verschachtelte, ineinander verschachtelte Klammern hat, sodass man die äußere und die innere Klammer dann besser voneinander unterscheiden kann. Im nächsten Schritt wird einfach hier die äußere Klammer, die eckige Klammer aufgelöst, indem man die Zahl, die hier vorne steht, minus 0,4 einmal mit der Klammer multipliziert und dann im zweiten Schritt die minus 0,4 mit minus 27,512 multipliziert. Dann haben wir die eckige Klammer wegbekommen und wir haben jetzt folgende Gleichung. Das ist die Scheitelpunktform, die wir jetzt hier haben. Wir haben hier vorne minus 0,4. Das ist unser Streckfaktor. Und dann haben wir die Klammer. In der Klammer haben wir die Verschiebung des Scheitelpunktes in x-Richtung. Und hier haben wir die Verschiebung des Scheitelpunktes in y-Richtung. Und dieser Wert, der hier hinten steht, das zeigt uns die Höhe der Parabel an. Und das ist dann auch die Höhe dieser Tunnel, nach der hier gefragt ist. Also unser Tunnel ist 11,0 Meter hoch. Das runden wir einfach mal auf. Oder 11,01, wenn man ganz genau sein will. Und auf zwei Nachkommastellen dann rundet. Gut. So, jetzt müssen wir nur noch die Breite des Tunnels berechnen. Dann sind wir fertig mit der Aufgabe. Um jetzt die Breite des Tunnels zu berechnen, müssen wir hier diese Funktionsgleichung, die wir hier haben, gleich 0 setzen. Wir müssen also von dieser Funktion die Nullstellen berechnen. Auch hierzu habe ich noch ein extra Video, was in der Beschreibung auch angegeben ist. Und auch da könnt ihr euch das noch mal genauer angucken, wie das funktioniert. Hier mache ich das einfach in der Kurzform. Also, wir setzen hier für f von x0 ein, um die Nullstellen zu berechnen für diese Funktion. Nachdem wir diese Funktionsgleichung gleich 0 gesetzt haben, bringen wir die hintere Zahl jetzt auf die andere Seite. Ganz wichtig, immer die Zahl, die mit dem Plus oder mit dem Minus hier an dieser Klammer gebunden ist, rüberbringen, bitte nicht die 0,4, Minus 0,4 oder die Klammer selber als erstes auf die andere Seite bringen, sondern immer nur den hinteren Teil von dieser Gleichung. Also, mit Minus 11,005 bringen wir diesen hinteren Teil auf die andere Seite und wir haben jetzt im zweiten Schritt Minus 11,005 gleich Minus 0,4 mal die Klammer. Und im nächsten Schritt teilen wir durch die Zahl, die vor der Klammer steht, also durch Minus 0,4. Jetzt haben wir also durch Minus 0,4 geteilt. Jetzt haben wir auf der rechten Seite eine Klammer mit einem Quadrat oben. Das Quadrat bekommt man weg mit der Gegenoperation und das ist das Wurzelziehen. Die Quadratwurzel hier draus wird auf beiden Seiten dann berechnet und wir haben hier gerundet 5,25 für x minus 3,25 oder, weil eine Wurzelrechnung ja auch zwei Lösungen haben kann, Minus 5,25 gleich x minus 3,25. Jetzt müssen wir die Minus 3,25 auf der rechten Seite auch noch rüberbringen. So bekommen wir die beiden Nullstellen, also x1 gleich 8,5 und x2 gleich Minus 2. Um jetzt die Breite des Tunnels ermitteln zu können, machen wir hier eine kleine Skizze. Die eine Nullstelle haben wir hier bei Minus 2, die andere haben wir bei 8,5 und der Abstand zwischen den beiden ist ganz einfach zu berechnen. Also von Minus 2 bis 0 sind das hier zwei Einheiten und von 0 bis 8,5 sind es 8,5 Einheiten. Macht also zusammen 10,5 und die Breite, nicht die Länge, die Breite dieses Tunnels ist dann also 10,5.